Hi, ich bin's, euer Emanuel. Ich bin heute im wunderschönen St. Moritz, hier in den Bergen. Ihr seht, es ist gerade Herbst bei uns, hier oben liegt noch Schnee und ich bin bei dem wunderbaren Ernst Krammeri auf seinem Speaker Training. Ihr könnt mich alle sehen zur Speaker Cruise im November. Was lernen wir hier alles? Ernst bringt euch bei, wie man frei vor der Kamera auf einer Bühne sprechen kann, wie man klar seine Botschaft herüberbringt, wie man Leute begeistert, wie man Leute zum Lachen bringt und es so quasi euch unterhalten kann. Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ernst? Jetzt passiert genau das mit Emanuel. Lieber hier, dass ihr jetzt kurz einen roten Faden verliert, als dann auf der Bühne. Deswegen sind wir hier am Üben. Was macht dieses Training mit dir? Ja, dieses Training bringt mir bei, frei zu sprechen, meine Botschaft herüberzubringen und euch auf meine Reise mitzunehmen. Ich werde euch erzählen, wie ich mein Leben bestreite, wie ihr in eure Kraft kommt und euren Lebenstraum leben könnt. Ich habe das alles für mich herausgefunden. Das hat mich sehr, sehr viel Arbeit, Kraft und Energie gebraucht und ich kann euch zeigen, wie ihr schnell und mit sehr, sehr geringem Aufwand euren Lebenstraum verwirklichen könnt. Vielen Dank!